Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D-Way. Ihr hört es vielleicht, ich bin mal wieder ein bisschen angeschlagen, warum auch immer ich zur Zeit ein bisschen Pech mit der Kältung habe. Aber trotzdem konnte mich das natürlich nicht davon abhalten, heute Guardian of the Galaxy Vol. 2 mir anzusehen. Ja, den ersten habe ich damals im Kino gesehen, steht natürlich auch bei mir im Regal. Den werde ich demnächst nochmal als Video nachholen. Heute, wie gesagt, war Vol. 2 an der Reihe, den ich nicht im Kino gesehen hatte. Umso mehr habe ich mich natürlich auf diesen Film hier heute gefreut. Ja, jetzt läuft hier schon der Abspann und ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt hier verneigen, aber ich klatsche jetzt einfach mal ein bisschen, ja, Hut ab. Ganz toller 3D-Film, den, das nehme ich schon mal vorweg, müssen wir irgendwo ganz oben in den Top 10 einordnen. Ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen, der Film. Wir haben schon in den ersten Minuten einen richtig schönen Tiefeneffekt. Da sieht man schon, dass sich das Geld für diesen Film gelohnt hat. Das zieht sich dann auch durch den ganzen Film so weiter. Man spielt mit der Tiefe, man kann immer schön weit gucken, hat eine schöne räumliche Stafflung. Ja, eine schöne räumliche Tiefe hat mir sehr gut gefallen. Hier eine kleine Information am Rande, denn wenn ihr Oberscan anhabt oder eine Leinwand mit Maskierung, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, weil es hier ständige Formatwechsel gibt. Man spielt hier auch ein bisschen mit den Formaten. Das heißt, Sachen kommen rübergeflogen über die 16 zu 9 Ränder. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, Pop-Out-Effekte gibt es auch einige, so um die 15 Stück habe ich gezählt. Davon gar nicht mal so viele kleine Effekte, sondern es sind alles mittelstarke Effekte. Einen Effekt gibt es sogar, der kommt ganz nah ans Gesicht, den kann man dann anfassen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Kein Großding, von daher wunderbarer 3D-Film, ganz klare Kaufempfehlung in 3D. Wenn ihr den Film noch nicht habt, unbedingt zulegen, der hat sich richtig gelohnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, euer 3D-Way. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.